So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich hoffe, die Tastatur funktioniert jetzt. Den Alarm haben wir, naja, nicht ausgeschaltet, aber... So. Jetzt kommen sie alle. Oh oh. Ich stoppe ihn hier. Ein Drittel, ein Drittel. Oh oh. Oh oh. Du wirst mir nicht gewachsen. Können wir unter Granate kommen. Gut. Ich geh noch runter. Warte, warte. Das kann jetzt ein paar Minuten so weitergehen. Moment. Oh oh. Glück gehabt. Hä, die bewegen sich nicht mehr. Jetzt. Die werfen. Gewagtes Foto habe ich gerade gesehen. Schön. Jetzt trauen sie sich nicht mehr, ha? Nächster. Ich mach dich zur Leiche, mein Freund. Okay, bloß nicht die Leertaste drücken. Dann bist du tot. Ja, komm jetzt. Hopp. Und nicht beide. Boah. Boah. Wif. Tschüss. So. Geklärt. Ha. Hä. Boah. Alter, die sehen dich ja sofort. Kopfschuss. Ich hab auf den Bauch gezielt. Ich traue mich jetzt nicht weiter zu gehen. Die Kollegen sind jetzt in höchster Alarmbereitschaft. Jetzt muss man so aufpassen. Die sitzen hier jedenfalls nicht mehr. Komm. Irgendwo da hinten hin müssen wir. Ja, er rennt auch schon rum. Nichts. Ach so. Ja, ich kann'schneiden. Ich bin schon da hinten. Hinzu. Äh. Nee. Ja. Ja. Ich bin schon da hinten. Ja. Ja, absolut. Das gibt's nicht. Ha! Gut, der Alarm wurde aktiviert, aber ist egal, weil keiner mehr da ist. Ah, Munition. Schubber. Schubber. Gefällt mir. Leiterstehung. Was haben wir denn da? Oh, Granatos. Hm. So, weiter geht's. Da hoch eher nicht so, eher hier so. Schafft ihr Zugang zur Mine? Das kann lustig werden wieder. Ich glaub, das war's noch lange nicht. Ups, da hat's gehongen. Finde den Rubin. Ich hab' Büsche. Ich hab' ... Solange ich keine Tiere höre, ist alles in Ordnung. Scharfschützli. Das sind doch noch lange nicht alle. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Dafür kenn ich Far Cry schon viel zu lange, dass das alle sind. Die verstecken sich doch alle irgendwo. Zu 100 Prozent. Sehst du? Da hinstellen drei. Solange es der Scharfschütze nicht sieht, das alles in den Orten. Neger, geh weg. Ich trinke mal kurz was. Moment. Ah, tut gut. Komm, dreh dich weg. Dreh dich weg, dann kann ich dich erschießen. Komm! Also nicht erschießen, ich werde ihn erstrechen natürlich. Hier muss man so leise vorgehen, einfach nur. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Robin ist irgendwo da oben, ne? Irgendwo da. Okay. Na komm, mein Freund. Komm ran. Ich will jetzt keinen Stein werfen, sonst werden alle aufruhen, ruhig. Schwächlinge zu erschießen ist keine Herausforderung. Dann werden wir Hühner, lieber. Der Bellen verdient, ihr Schickhaar. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Kann ich ihn nehmen? Kann ich ihn nehmen? So, dass er bloß nicht hier runterfällt. Ha. Einfach wegwerfen. Bäh, Müll. Okay, er läuft hier seine Runde. Ich würde gerne jetzt hier runter, aber das ist zu gefährlich. Siehst du, da haben wir noch einen. Scheiße. 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 Gott, ey. Kopfschuss. Noch einer. Hier war die Munition. Ich hätte jetzt gerne das Scharfschütze. Geht das? Nee. Er rennt jetzt da oben, da unten lang. Man kann probieren, sich jetzt zu nähern. So, sie kommen ran. Ich sehe immer so viele auf der Mini-Mail. Wo sind die denn alle? Und ich will auch nicht vorpreschen. Ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie mal. Das bringt gar nichts. Nicht ducken. Komm her. Hörts nicht auf zu feuern! Bewege mich nach unten, deck mich! Hörts nicht auf! Hörts nicht auf! Fuck! Glück gehabt! Die Drecksäcke! So, der Kollege hat mich. Ich ihn aber auch gleich. Kommen die da einfach um die Ecke gescheißert und schießen gegen die Tonne. Was für Hurensöhne einfach. Nein. Oh, da unten ist einer. Noch mal abscannen. Nee, nee. Ein bisschen mehr noch. Ah. Da bist du. Hey, 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 hey. Geht los. Geht los. Jetzt haben wir das Riening. Dein Leben ausverregt, der König. Feuer es weiter. Boah, ey, die Schüsse von denen, die sitzen einfach noch. Ich muss noch dringend mal eine schusssichere Weste kaufen. So, nur noch eher hier. Ja, komm ran, komm ran. Trau dich. Scheiße. Also, bewegliche Ziele ist so nicht meins. Ich hab mehr getötet, als du dir vorstellen kannst. So, Kollege. Zugang zur Mine. Da unten, ne? Das jage ich mal gleich in die Luft. Hier? Nee. Mine, Mine. Noch weiter runter? Ja, jetzt ein Schatz ist da nicht, den können wir sowieso nicht mitnehmen. Alter. Die Mission hat's echt in sich. Naja, ist ja auch eine Premium-Mission. So, jetzt bitte. Da haben wir einen. Kann ich glaub... Nein! Boah, Glück gehabt. Oh, Gott. Oh, besser abgehen. Ich jage dich, bis ich dich finde. Wo sind die denn? Nee, hab grad nicht so Lust. Das Ziel ist abgehauen! Komm raus und stell dich wie ein Mann, Kay! Nehm den Finger nicht vom Abzug! Das ist unser Kampf! Die sitzen alle hier hinter der Mauer, ich weiß es genau! Komm! Du Spast! Glaubst du nur, überlebst das? Ich hab die Hoffnung, ich überlebt das hier! Ja? Das gibt's doch nicht! Suche abbrechen, aber bleibt wachsam! Los jetzt! Wir sind aus, was wir fahren! Weck den König! Macht sie kalt! Macht sie kalt! Bleib doch mal stehen! Ich will da nicht hoch, weil dann bin ich tot! Nicht! Wir suchen nach Gespenstern! Bedrohung neutralisiert! Nein! Da ist ein neuer Training! Sechloch gesichert! Es wurde geschossen! Den Sieg auf... Mann! Das ist scheiße gerade! Schade. Na also. Ich finde den Rubin. Ja, würde ich ja gerne. Warum geht das Auto nicht in die Luft? Hier, weißt du was? Nee. Mit der Handfeuerwaffe. Ich glaube, es geht los. Ich brauche dringend Munition jetzt. Obst du nur überlebt hast? Nein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jetzt hatte ich die Chance. So, ich brauche jetzt dringend Muni. Irgendwo so im Scheißhaus muss doch Munition sein. Scheint alles clean zu sein. Aber immer wachstum bleiben. Da. Oh, oh, oh. Hä? Scheiße. Moin. Okay, lieber zu Ende heilen. Gott, ey, ich find das so schwer gerade. Komm schon, geh auf. Geh auf. Gottes Willen. Da ist er. Gott, das sieht aus wie ein Herz. Komm aus der Mine. Was ist denn eine Mine? Das ist doch keine Mine mehr. Scheiße. Nein. Nein. Leck mich, das gibt's doch nicht. Ach man, nein. Ich wollte da ganz gechillt rausfliegen. Sag bitte, er hat das gespeichert. Ja. So. Falsche Taste auch gedrückt. Ich glaub, ich kann gar nicht so hoch fliegen. Ist ja ein Wingsuit. Ich will jetzt unbedingt hier mit dem Wingsuit raus. Ist mir egal. Ich hab keinen Bock zu kämpfen. Lauf, lauf. Lauf, lauf. Gut, er speichert. Alter, ich brauch dringend mehr Waffen. Ne. Darüber mit dem Wingsuit. Scheiß Idee. Ein Dringling. Schließt das Tor. Da ist jemand. Hä? Au. Okay. Okay. Einen Moment. Nicht mehr viel. Aber ein bisschen. Muni-Mangel. Eindeutig. Kann ich auch hier irgendwie lang? Ne. Oh oh. Ha. Kann ich? Ja, komm. Alter, geht das Ding ab. Ho 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 ho. Was ein Ding, ey. Machen wir alles von hier oben. Fast. Na komm. Fast. Komm, den krieg ich. So. Alles mitnehmen. Die nehm ich auch wieder. Ich hoffe, ihr habt so fast alle erwischt. Das Knarzen vom Schnee ist geil. Sag jetzt bitte, wir haben es. Yes. Schon wieder eine halbe Stunde. Meine Fresse. Boah. Du hast wieder ein Stück unserer Kultur gerettet. Das Volk von Kürat steht in deiner Schuld. Aha. Pfff. Pfff. Namaste. Ich sag nix mehr dazu. Da habe endlich den Blutrubin. Meine Fresse, ey. Was ist das denn für ein Kampf gewesen? Eine ganze Stunde. Ich weiß gar nicht. Habe ich hier irgendwo... Moment. Ich hab ja... Wir haben eine Party. Wir warten für dich. So, hier die Packung von Far Cry. Äh, Höxerlösung. Limited Edition. Bla bla bla. Mh, ich lese jetzt hier nichts vom Blutrubin. Ah gut, dann. Nett. Ich find's schade, dass es zu Kürat Edition keine, ähm, kein Steelbook gab. Gibt's überhaupt einen Steelbook dafür? Wird mich mal interessieren. Egal, Hauptsache wir haben's jetzt endlich geschafft und morgen geht's ganz regulär weiter. Mit der... Das wirkt wahrscheinlich, ne? Awesome. One last. W 익ong Schade. Oh, Gott. Untertitelung des ZDF, 2020